Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für zwei Sachen. A, für die Helligkeit hier draußen, wegen dem weißen alles, ja. Und zum anderen für die Stör, für die bisschen ruppeligen Geräusche draußen, weil wir haben gerade noch ein paar Arbeiter, die machen mit Bagger und Traktor was hier. Deswegen, aber das sollte ja nicht so schlimm sein. Heute, wie ich gestern schon gesagt habe, erwartet euch ein Minecraft-Video von mir. Ich starte ein, ich hoffe, ein riesengroßes Minecraft-Projekt. Es wird mehrere Folgen geben. Ja, und auf jeden Fall, das nächste Video will ich, wird gleich wie Minecraft-Projekt Folge 2 oder eben auch wieder eine neue Reaction auf meine alten Videos. Das Video verlinke ich euch zum Schluss, auch noch von gestern. Ja, und auf jeden Fall, lasst einen fetten Aum nach oben da für das Video. Ähm, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ja, würde ich sagen, let's go mit dem Video. Ah, und kurz vorab, ich spiele nicht in Überleben. Ich mache kreativ, aber ich kann ja auch mal Episoden machen, wo ich Überleben spiele. Könnt ihr ja mal hier abstimmen. Hier irgendwo sollte jetzt was erscheinen. Und, let's go. Ich probiere mich an meinem Videoschwimmt-Programm immer noch ein bisschen aus und das nächste Mal wird es hoffentlich besser. So, hoffentlich ist der Ton jetzt hier überall gleich. Ähm, ja. Ansonsten, also ich spiele hier in Flachmodi. Seht man ja auch, weit und breit nichts. Und, ja. Ich würde mal sagen, wir legen direkt mal los. Ich mache hier erstmal so ein bisschen den Anfang. Ich baue ein moderneres Haus, aber ich gucke, dass ich auch ein bisschen noch hier so Holz mit reinbeziehe und alles. So, das soll nicht passen. Was macht denn, was macht denn da ist Boden? Schön Boden. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Hm, Tür mache ich die hier. Oh, ja. Oh Gott, der Ton hier. So, ich würde sagen mal, los geht's. Ich setze hier einfach mal die Tür. Wie öffnet die sich? Noch ein bisschen leiser. Gut, so passt das. Dann mache ich jetzt hier erstmal alles so drumrum. So, und, ja, können wir jetzt eigentlich direkt anfangen. Ähm, was mache ich, wie baue ich das denn jetzt? Ähm, ich würde sagen, ich mache mal hier so eine Holzwand hin. So, die geht aber hier einmal auch noch oben drüber. Wie viel geht die denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wie sieht denn das aus? Naja, das ist nicht das Schönste, was ich gemacht habe. Und was soll ich... Ah, nee, ich mache es, ich glaube, anders. Ich mache hier immer so eine Mischung. Ja, so. Naja, ich bin jetzt nicht so der erfahrene Hausbau hier in Minecraft. Ähm, könnt ihr mal unten Kommentare schreiben, ob ihr eher so, ähm, Survival-Bauer seid oder also Überlebensmodus oder auch eher kreativ, wo ihr schon eh alles habt. Ja. Nee, das sieht jetzt komplett beschissen aus. Das machen wir alles nochmal neu. Ja, und Dafür entschuldige ich mich, weil das sind die Geräusche, die ich vorhin angesprochen habe. Weil die arbeiten ja hier bei uns ein bisschen. Aber davon lassen wir uns nicht beeinflussen. Ach du Scheiße. Okay, gut, dann machen wir jetzt hier mal Druckplatten hin. Am besten die, weil die passen. Dreckszeit-Beschränkung. So, ähm, dann habe ich das auf jeden Fall jetzt auch schon gemacht. So, dann gehen wir jetzt mal hier warte und geh weg. Ich würde da so ungefähr so lang ziehen. Das passt. Dann würde ich hier rum. Können ja auch so einen Anbau dann noch machen. Also, ich würde auf jeden Fall ein Riesenhaus machen. Mal sehen, wie es am Ende aussieht. So. Ja. Kommt der jetzt bis hier vor, oder wie? Ja. 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 das klingt schon ein bisschen verstörend finde ich der ist einfach ein schaf durchgelaufen ach du heilige durch meine wohnung oder ich meine aus glas mal glas schreiben finde ich schöner so 1 2 3 so genau dann habe ich mir überlegt hier so als boden mache ich aber dann wohl also hier die holz der dinge halten tatsächlich nicht also ihr seht schon ich bin jetzt am handy nicht mehr nicht mehr nicht so der erfahrenste bauer so jetzt gehen wir mal hier nach hinten wieder und hier lang und hier lang hier lang so ja das sieht ja schon mal nicht mehr so schlecht aus ich habe auch schon so die ein oder andere idee die ich hier rein bauen möchte auf jeden fall die eine sache kann ich ja hier gleich mal anfangen oder macht man so sagen die wir trauen haben wir über die draußen dass sie dann deutlich schöner aus finde ich und könnte auch mal in die kommentare gerne schreiben wie ihr euch jetzt hier so in den corona zeiten mit was ihr euch beschäftigt und mit schulaufgaben alle die noch in der schule sind werden ja eh schulaufgaben bekommen also ich bekommen ja ich bekomme einige aber im moment habe ich habe ich ein bisschen hinbekommen mich da ein bisschen zackiger zu machen aber auf jeden fall machen jetzt hier ist das mit das war so ja und ich probiere natürlich das video jetzt nicht so irre lang zu machen als so wie gestern die reaction so lang sollte es dann auf jeden fall sein so lange möchte ich auch die ganzen reactions und so auch haben dass ich so eine viertelstunde aus so eine reaction mache oder ein microsoft bisher herum zock ist ja das finde ich eine gute zeit länger möchte ich nicht machen nicht so wie bei meinem alten account passt so jetzt ziehen wir hier machen wir erstmal so so ein bisschen glas rein damit man was durch schicken kann so ein eck glas dann haben wir hier nochmal so jeweils nochmal so drei nebeneinander dann haben wir hier auch wieder welche ja und da haben wir schon da haben wir das jetzt kommen eigentlich hier schon das komplette dacke drauf ziehen aber wir lassen wir lassen wir lassen wir lassen wir lassen wir lassen hier lassen wir das mal frei und hier machen wir auch die gläser raus kann ich ja trotzdem lassen so bis hier und dann machen wir hier wieder weiter weil da kommt dann die zweite etage drauf an dem haus ja und die macht nur wie gesagt nicht die machen auch wieder mit einem holzboden aber das machen wir alles dann vielleicht sogar morgen schon also auf jeden fall in der zweiten folge von dem haus und könnt ihr mal gerne mir ein paar tipps geben hier so was ich noch rein bauen kann oder was für spiele ich noch spielen kann und ich habe es bei mir damit ich jetzt nicht hier so unnötig viel schlafen muss weil das geht ja hier trotzdem relativ viel oder relativ schnell sei mal genau genau hier den machen wir weg dann setzen wir hier jetzt mal eine treppe nach oben so 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 und so ok gut dann kann ich das hier wieder alles schließen bis hier hin und setzt dann hier eine zweite schicht holz drauf weil ich will immer ein holzboden drauf haben das sieht irgendwie finde ich etwas schön aus oder soll ich das anders lassen aber ich lasse es einfach so und so 1,2,3,4,5,6 und fertig so oh god so dann kann man ja was kann man noch machen licht ja ja stimmt treppen noch verschönern so so noch irgendwas noch irgendwas vielleicht boah was kann man noch machen meine Güte ah jetzt weiß ich es ok gut das machen wir erst noch ganz schnell das setze ich dann aber in der nächsten folge dann komplett um 1,2,3,4 und dann gehen wir hier oben wieder zurück passt mit dem hier oben habe ich schon mal was habe ich schon was vor das machen wir aber dann in der nächsten Folge würde ich sagen für meine Verhältnisse finde ich sind wir relativ weit sogar gekommen so ist einfach jetzt hier noch schnell fertig bauen okay gut dann kriegen wir jetzt immer durch und dann will ich sagen war es das jetzt hier von meinem video hier unten hier in der mitte könnt ihr meinen kanal gerne abonnieren würde ich mich auf jeden fall sehr freuen links und rechts von mir seht ihr noch die meine andere videos von mir hier die reaktion von gestern ja oder hier weiß ich nicht wo ich hin packe auf jeden fall hier unten sind noch zwei weitere videos von mir hier ist mein kanal den ich gerne drauf klicken könnt und mich abonnieren könnt gerne auf instagram und snapchat links sind alle unten in der video beschreibung und würde ich sagen war es jetzt von mir und ciao ja